Tag, Opa. Noch drei. Okay, wir gehen erst mal Richtung Gelb. Und schauen mal, was uns da so erwartet. Die sitzen da unten schon wieder. Also gegen einen komme ich ja schon. Klar, aber wenn es da mehr als einer ist. Da ist der Schrein. Ich glaube, der, der kann sich auch bewegen. Ja, wusste ich doch. Der kann nämlich schon schießen. Jetzt muss ich nämlich gucken, wie ich da langkomme. Ohne, dass er mich snackt. Der snackt mich auch. Ja, ja. Also später kriege ich die auch kaputt. Aber jetzt so ad hoc erst mal nicht, ne? Hallo, Katzi. Oh. Ich hoffe, es geht den Umständen entsprechen. Nichts drunter. Ich habe heute beschlossen, dass wir ein bisschen Zelda spielen, weil ich irgendwie... Okay. Weil ich irgendwie keine Lust hatte auf die Sachen, die wir sonst so gespielt haben die letzten Wochen, Tage. Je nachdem. Irgendwie hatte ich da immer keine Lust drauf. So. Hatte ich dir ja geschrieben. Nimm dir mal die zwei Tage Auszeit. Das passt schon. Alles halb so wild. Oh. Ja. Ähm. Naja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, war jetzt ja auch irgendwie nicht so... So was Dringendes oder so bei dir, äh, morgen und übermorgen, ne? Und selbst wenn, dann gucke ich, dass ich das irgendwie über... Übernommen kriege ich. Ansonsten müssen wir das halt verschieben. Ist ja halb so wild. Zerstörungskraft. Nice. Endlich kriegen wir Bomben. Wichtigstes Utensil in Zelda. Ne, bin ich Teamleitung? Entschuldigung. Es ist aber auch irgendwie nur morgen so komisch bei mir. Übermorgen ist schon wieder halb so wild. Da ist ein Termin. Aber morgen irgendwie von um neun bis um... 16 Uhr durchgängig. Ich bin nur froh, dass ich immer so ne halbe Stunde dazwischen habe, damit ich wenigstens so viel mal auf Klo gehen kann oder so. Aha, aha, okay. Wollen wir mal. Ja, also... Werfen. Puh. Aber das wollte ich so eigentlich gar nicht machen, ne? So, dann haben wir hier nämlich schon mal was Schönes. Was haben wir da drin? Bitte, bitte, bitte. Ein Reise-Zweihandschwert. Yay. Zack. Ich liebe diese Bomben. Da, da brauche ich, glaube ich, die. Lol. Sehr gut. Ich habe gedacht, ich könnte da so viel cool mit Werfen machen oder so. Oh nein. Nein. Nein! Ich bin so doof. Ich bin ja immer noch so ein bisschen grobmotorisch hier unterwegs, ne? Hm. Das Schöne an diesen Tempeln ist, du kriegst immer irgendwie einen Hinweis, wie du was zu lösen hast, ne? Das heißt, ich sollte das jetzt so machen. Da rein. Nehmen. Da rein. Dann lasse ich das nämlich da rüber schießen und dann kann ich das da kaputt hauen. Oh. Lol. Warum habe ich mich jetzt selber gesprengt? Kann mir das jemand verraten? Ich bin ja auch ein Held. Ich bin so ein Held. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin Link. Ich bin ein Held. Ich weiß es nur noch nicht. Ich muss so viel gucken, dass ich noch was gekocht bekomme. Ich weiß gar nicht mehr, wo kann ich denn auf dem Plateau was kochen? I don't know. I don't know. Wirkt das Spiel denn immer noch so pixellig oder geht's? Also das, was Bashur vorhin meinte. Ich meine, ja, das liegt so ein bisschen an der Auflösung. Das sind halt 720p zu 30fps. Viel mehr gibt das hier halt nicht. Ich hätte mich gar nicht... Ah, ich hätte mich gar nicht heilen müssen. No. Was mache ich denn? Was mache ich denn? I'm a bit lost. I'm a bit lost. Ich hasse dieses Master-Modus-Gedöns. Warum spiele ich das auf Master-Modus? Ich weiß es nicht. So. Sehr gut. Und... Der schießt doch, oder? Nee, der schießt. Die Frage ist... Mach auf! Ein Nintendo-Switch-Empel. Schön. Ich habe ein Nintendo-Switch-Empel. Lol. Geil. Aber rot steht ihm gut. Warum? Ich glaube, das ist auch aus dem DLC-Pack, was ich da geholt hatte. Naja, rennt Link halt mit dem Nintendo-Switch-T-Shirt rum. Ist doch schön. Gut, wo muss ich denn jetzt als nächstes hin? Eigentlich müssten wir da oben hin. Hier ist die Markierung. Nee, da unten müssen wir hin. Ja. Dann laufen wir mal Richtung Blau. Noll! Ja. Ja. Oh. Weil wenn die mich halt einmal treffen, ne, dann war's das. Ja. Da ist sie so ein bisschen ungeil. Da ist die Kirche. Oh Mist, da vorne ist so ein dicker Schirt. Ja, dann gehe ich vielleicht doch an der Kirche vorbei. Ich hab zwar jetzt Bomben, aber das Problem ist... Ich geh halt auch noch nicht so super viel Schaden machen, ne? Nein, du siehst mich nicht. Deswegen versuche ich gerade allem irgendwie noch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Da ist schon wieder einer. Ich hätte halt gern erst so ein bisschen Ausrüstung, bevor ich mich da ins Getümmel stürze. Und zwar mehr als so ein Ast. Ich hätte gerne mehr als nur so einen Ast. Zitadelle der Zeit. Zwei Äste. Warte, wie viele habe ich? Ha. Ah, ich hab das... Ne, ich mach erstmal den Ast kaputt. Ja, zwei Äste wäre besser, aber er kann nicht zwei Einhandwaffen tragen. Das ist so ein bisschen blöd. Also er kann ein Schild tragen und ein Einhandschwert oder eine Zweihandwaffe. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Also Link ist da sehr... Ich nenne es mal traditionell unterwegs. Hier, ein Mist. Ich hab den Gekko nicht gekriegt. Link ist da doch eher traditionell unterwegs. So, wir müssen da irgendwie hoch. Ich hoffe nur, dass es gerade nicht zu kalt wird. Ach, scheiße. Weil ich hab halt noch nichts gekocht, ne? Also nichts, was irgendwie aufwärmt. So, bitte lass es nicht anfangen zu regnen. Nicht regnen. Das mit der nicht vorhandenen Zweihändigkeit bei Cyberpunk finde ich ein bisschen störend. Hätte gern beide Pistolen. Ja! Ja, 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 ja. So, so, dass man, dass man das halt macht, so wie Jackie das gemacht hat. Nein. Aber du kannst ja die Mantis-Klingen haben. Die schon pretty gut aussehen. Ich hab sie selber noch nicht ausprobiert, aber die sehen halt schon stylisch aus. Oh Gott, hier wird's auch wieder kalt, ne? Ach, scheiße. Genau, man erbt seine Waffen und damit passiert da halt trotzdem nichts. Shit, 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 shit. Zu hoch? Ah, es könnte knapp werden. Fuck, 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 fuck. Hab ich... Fuck, hab ich... Ah! Was für Ausdauer... Ähm... Mist! Oh, eine Sternschnuppe! Ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Was sehr cool ist. Ich muss mir nur merken, wo sie runtergefallen ist. Ähm... Wo ist denn jetzt da? Ja, ich weiß. Komm, wir futtern nochmal was. Hier, Pilze. Da hinten ist der. Nee, ich hatte jetzt ja nochmal als Konzerne angefangen. Äh, sehr lustig. Ich bin jetzt gerade an der Stelle, äh, wo Johnny da war. Ah! Lass mich! Nein! Ich bin doch noch so klein. Ich sollte nachts nicht irgendwo rumlaufen. Hopp. Tschüss! Einfach... Einfach tschüss. Tschüss. Bye. Auf Wiedersehen. Bis irgendwann. Never. Again. Aber ich muss sagen, also rot steht ihm wirklich gut. Ich erinnere mich. Hä? Über die Zeit. Ich erinnere mich. Boah. Das ist so ein Ding. Damit komme ich einfach nicht klar. Hm. Mach das. Das hört sich in einem sehr, 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 sehr guten Plan an, Katzi. Ich gucke, dass ich Hyrule gerettet bekomme. Ja, ich bezweifle es noch so ein bisschen, jedenfalls hier mit Master. Also, es ist halt der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Den kriegt man auch nur über das DLC. Das war eben... Nein. Da. So, jetzt kann ich nämlich Zeit stoppen. Leute! Leute! Nein! Oh, Mann! Ich suche mir auch die Legendaries heute zusammen. Ist immer ganz witzig, die zu finden. Ja, auf jeden Fall. Hm. 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 ,...